Im letzten Video habe ich ja über die schwächeren intermolekularen Kräfte oder Strukturen geredet. Und die schwächste war ja die London-Streukraft oder Van der Waals-Kraft. Diesmal geht es um die starke Kraft, das kovalente Netzwerk. Wenn ich beispielsweise ein Kristall habe aus einem kovalenten Netzwerk, ein Kristall ist erstmal ein Festkörper, wo die Moleküle, die aus denen das Kristall besteht, in einer sehr, sehr gleichförmigen Weise aufgebaut ist. Im Gegensatz dazu ist es eine Mischung, wo eigentlich alles ein einziges Durcheinander ist. Verschiedene Stoffe in verschiedenen Konzentrationen, Ionen, Moleküle. Also ein Kristall ist eine ganz, ganz reguläre Struktur. Eis ist zum Beispiel ein Kristall. Wenn die Temperatur niedrig genug ist im Wasser, dann bilden die Wasserstoffbrückenmoleküle eine Struktur. Aber das allerstärkste kovalente Netzwerk, das größte oder das beste Beispiel ist einfach der Kohlenstoff, wenn es einen Diamanten bildet. In einem kovalenten Netzwerk bildet Kohlenstoff immer mit vier weiteren Kohlenstoffatomen ein Netzwerk. Ihr wisst ja, Kohlenstoff hat vier freie Elektronen. Wenn es vier weitere Bindungen macht, dann ist es sehr, sehr glücklich. Und diese vier Kohlenstoffe machen das Gleiche. Die haben wieder vier weitere Bindungen an vier weitere Kohlenstoffe. Dieses hier auch. Eins, zwei, drei. Und so geht das ewig, ewig, ewig weiter. Das ist die Struktur eines Diamanten. Und das ist der Grund dafür, warum das so stark ist. Ihr könnt eigentlich den ganzen Diamanten als ein einziges Molekül sehen. Die teilen ja jeweils zwei Elektronen. Und das ist die aller, aller, aller stärkste molekulare Bindung. Also ihr könnt den ganzen Feststoff als ein einziges Netzwerk von extrem stark verbundenen Molekülen sehen. Und das kann man dann auch relativ schlecht erhitzen. Und deswegen ist es auch sehr schwer, einen Diamanten zu kochen. Und jetzt zeige ich euch noch mal ein paar andere Beispiele. Und die nächste Version eines Feststoffes ist, nehmen wir beispielsweise mal, sind die Ionenkristalle. Ein Ionenkristall. Was ist jetzt also ein Ionenkristall? Und was es noch gibt, ist einfach ein Metall. Das sind die Metallkristalle. Also diese Bindungen der Ionenkristalle zeichne ich euch jetzt mal auf. Ein Beispiel ist ja wieder das gute alte Kochsalz. Natriumchlorid also. Das kennt ihr. Was passiert da? Natriumchlorid. Natrium ist hier. Hat ein freies Elektron, will das loswerden. Und Chlor hat sieben Elektronen und würde alles tun, um noch ein Elektron zu bekommen. Deswegen gibt es Natrium, ein Elektron an Chlor ab. Das Chlor wird dann negativ, Natrium wird positiv. Und dann binden die sich zueinander. Ich habe also hier ein positives Natrium und ein negatives Chlor. Und die Struktur sieht dann etwa so aus. Jetzt zeige ich euch mal das Natrium in grün. Die sind also alle positiv. Und dann hast du eine ganze Menge von Chlorionen. Die sind alle negativ. Und so könnt ihr euch das vorstellen. Ein Atom ist positiv. Eins ist negativ. Dann werden die von aneinander angezogen. Und dann gibt es hier eine relativ starke Bindung. Und der Kochpunkt hier ist auch relativ hoch. Jedenfalls ist die Struktur ziemlich spröde. Wenn du jetzt beispielsweise mit einem Hammer drauf haust, dann bekommst du mehrere Stücke davon. Du kannst quasi das Ganze hier entlang aufschneiden. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn du etwas auseinanderschneidest. Was du letztendlich machst, du brichst Atombindungen auf. Du brichst die auf. Und auch wie viel Kraft du brauchst. Das sagt dir eigentlich auch was darüber aus, wie stark die Bindungen sind. Schauen wir uns mal das Metallkristall an. Also hier haben wir hier wieder einige Eisenatome. Nehmen wir mal an, das ist wirklich Eisen. Und die Elektronen, die sind ja relativ frei in der Umgebung der Eisenatome. Das sind die ganzen Elektronen. Die rollen hier außen herum. Und ihr müsst euch das also wie eine See, wie ein Meer von Elektronen vorstellen. Und weil die Eisenatome ihre Ionen, ihre Elektronen freigegeben haben, die sind ja negativ, also sind Ionen positiv. Und deswegen müsst ihr euch das ein bisschen wie ein Netz vorstellen. Und deswegen sind die meisten Metallkristalle etwas härter, sind ja relativ harte Metalle. Aber Achtung, es gibt auch relativ weiche Metalle, beispielsweise Gold. Gold ist ziemlich weich, 24 Karat Gold. Wenn du da mit einem Schraubenzieher draufdrückst, dann ist das Gold weicher. Ja, jedenfalls, also Eisen ist sehr unterschiedlich. Ihr könnt es beispielsweise auch schmelzen. Und jedenfalls sind Metalle im Allgemeinen nicht ganz so spröde wie Ionenkristalle. Weil eben die Elektronen sich ein bisschen um die Atome außen herum bewegen können. Etwas weicher ist das Ganze. Deswegen könnt ihr das Ganze auch eher mal biegen und beugen. Währenddessen, ja, Kochsalz könnt ihr einfach nicht biegen oder beugen. Es bricht einfach. So könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie die Atome, wie die Atombindungen auch etwas euch aussagen über den Kochpunkt, über wie viel Energie du reinstecken musst, um eine Substanz letztendlich flüssig zu machen. Wir schauen noch mal hier drauf. Extremfall sind ja die Edelgase. Die haben einen sehr, sehr hohen Kochpunkt, weil die Bindungen dazwischen sehr, sehr Dipolkräfte sind. Und kommen wir wieder zurück auf das Kochsalz. Kochsalz hat einen relativ hohen Kochpunkt. Aber, Vorsicht, ihr könnt diese Ionenkristalle, Kochsalz, könnt ihr ja im Wasser auflösen. Was passiert im Wasser? Dort hast du einen ionischen Dipol. Wir, also ionische, polare Bindungen, das haben wir ja schon öfter gehabt. Man nennt sie auch polare Bindungen. Das ist der Grund, weshalb sich Kochsalz in Wasser auflöst. Ich habe also hier mein Wasser. Sauerstoff hat ja ein negatives Ende, weil das ja die Elektronen hortet und der Wasserstoff ist positiv. Und wenn du jetzt diese Natriumchlorid-Ionen da reinbringst, was passiert dann? Und das positive Natrium wird dann natürlich zum Sauerstoff hingezogen, also zur negativen Seite von diesem Dipol. Und das negative Chlor will also in der Nähe vom Wasserstoff sein. Also bekommt ihr diesen Ionenkristall gelöst, im Wasser gelöst. Es wird einfach hingezogen zu verschiedenen Punkten in dem Wasser. Und so kann man das Ganze relativ gut auflösen. Und ihr könnt also, Ionenkristall ist normalerweise kein, kann Elektronen nicht gut leiten. Aber wenn das Ganze gelöst ist, dann habt ihr diese Partikel voneinander getrennt voneinander. Und hier gehen dann plötzlich die Elektronen ein bisschen leichter hin und her. Also es ist ein bisschen besser elektrisch leitend. Was ich euch damit eigentlich nur zeigen will, ist, ihr schaut auf dieses Periodensystem und schaut euch die Bindungen an. Und dann wisst ihr ungefähr, ist es eine starke Bindung oder ist es eine schwache Bindung. Ganz im Allgemeinen gilt die Regel, je stärker die Bindungen sind, wie beispielsweise hier in dem Diamanten, ist es sehr stark und ganz, ganz schwach ist es zum Beispiel bei den Edelgasen. Die Edelgase haben ja nur diese London-Streuungskräfte oder Van der Waals-Kräfte. Das ist eine ganz, ganz, ganz schwache Bindung. Und deswegen bekommt ihr hier einen ultrahohen Schmelzpunkt. Also ihr könnt ein Edelgas eigentlich kaum zum Schmelzen bringen.